hallöchen zusammen mich ist booster pro werkstatt so die jungen sind fertig hier alles 5 9er motoren der eine ist neu zugang hier vorne links der nicht neu gekauft sondern sehr günstig gebraucht gekauft habe ich auch einen 5 9er eingebaut dann der 4s den habe ich wieder ein bisschen runtergeritzelt ich komme da nicht weiter mit dem auto eine letzte ist ja der mit 120 der wahl mal gemessen haben oder 121 ich bin mal gespannt was der neue kann hier er hat den neuen regler drin 120 ampere regler 5 9er motor relativ frischen c akku mit 6000 ampere hier muss die kabel gleich noch festmachen sehe ich gerade ja und den kennen wir ja und den kennen wir auch hier habe ich hinten neue reifen drauf gemacht die waren bei dem gebrauchten buggy dabei verklebt sind die auch ja und dann werde ich auch ein rennen heute fahren ich werde mal zwei autos gegeneinander fahren mal gucken wie das aussieht ob das spaß macht wer schneller ist und wer nicht schauen wir mal ich denke mal ich bin so um halb sechs sechs uhr und platz da noch mal ein schönes video ne ok bis später mal ciao ciao